So, und wieder da im nächsten Teil. Es hat leider etwas länger gedauert. So, wir machen jetzt hier ein wenig weiter. Ja, redest du auch mit mir? Hallo! Okay, er redet nicht mit uns. Dann aktivieren wir jetzt mal, die Hauptenergie ist ja wieder hergestellt. Diese Lore, denn mit Hilfe dieser Lore kommen wir da hinten durch die Wand. Wir fahren, wir fahren, wir fahren die ganzen. Hoppla! Okay, das sollte man nicht machen. So, also nochmal. Wer würde es denn hier so anstellen? Oh, es kommt mal ein bisschen schneller hier. So, Achtung. So! So! Ach, guck er an! Okay. Ja, ich bin ja da, ich bin ja da. Ups. Ja, was ich sagen wollte, ich bin immer auf der Suche nach Verstecken und Schiffen, aber ich glaube, da werde ich nicht viel finden. Drecksack. Okay, das ist zwar die andere. Hier hat er auch mal einen verspeist. Moment, nach unten oder nach oben? Ne, das geht nicht auf. Also nach oben. Das geht auch nicht mehr auf. Hallo? Das kann ja mal nicht schaden. So. Wow. 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 Okay, also die andere. Ach ja, genau. Jetzt wird es ein bisschen knifflig, Freunde. Ich schaue jetzt hier nochmal schnell, ob ich hier irgendwo Lebensmittelterminals habe. Nein, habe ich nicht. Käse. Ich bin Lieutenant Monroe. Wer sind diese Eindringlinge? Wissen wir nicht. Sie waren plötzlich da. Vor circa drei Tagen. Sie kamen aus dem Nichts. Wo ist ihr Schiff? Ich war der diensthabende Ingenieur, als der Angriff begann. Kein Schiff, keine Transporteraktivitäten, keine Warpsignatur. Entweder haben wir nie bemerkt, dass diese feindlichen Wesen in unserem Sonnensystem gelebt haben, oder ihre Warp-Technologie ist der unseren weit überlegen. Wo sind Ihre Anführer? Wir haben keine gesehen. Sie scheinen keinerlei Befehlsstruktur zu haben. Wie koordinieren Sie dann Ihre Angriffe? Das wissen wir nicht. Zwischen den Angriffen fliegen Sie scheinbar nur wie Insekten herum. Und Sie nähern sich. Welle für Welle. Ohne Selbsterhaltungstrieb. Ziemlich clevere Taktik. Für ein Insekt. Und effektiv. Unsere Munition ist aufgebraucht. Gibt es hier in der Nähe eine Waffenkammer? Ja, gibt es. Doch die letzte Gruppe, die dort hin wollte, kam nie zurück. Keiner von uns wird jetzt gehen. Doch, Wengpa. Einer wird es. Was? Aber Erwachstas! Ich sterbe lieber im Kampf, als hier zu sitzen. Ich komme mit Ihnen, Erwachstas. Gehen Sie voran. Ihr seid beide so gut wie tot. So, jetzt kommt nämlich eine relativ heikle Situation. Wir müssen ihn nämlich jetzt beschützen. Hier lang. Ja. Halt, Moment. Haben wir hier vielleicht irgendwo was? Nein, haben wir nicht. Okay, ich komme. So, mach auf die Tür. Na, okay. Ja, ja. Ist ja okay. Ist okay. Äh, hallo? Toll, jetzt haben wir weiterhin das... Oh, nee. Null an. Na. Das wird eine ganz heiße Kiste. So, jetzt ganz schnell. Wow. Okay. Nein, geh mal weg da. Oh, nein. Ich habe hier die Waffenenergie nicht aufgeladen. Oh, habe ich den jetzt getroffen? Da sind wir. Los, rein da hin. Jetzt mach die Ports um. Hier ist die Waffenkammer. Wie war nochmal der Sicherheitscode? Ja, mach hin. Ha, ich erinnere mich an den Code. Oh, der Stammangochier. Ich habe nur noch ein Sicherheitssystem vertreten. Oh. Oh. Ja, du hast doch nicht. Oh. Wo ist der Typ? Oh, nee. Der ist tot. So ein Kackmann. Ja, toll. Ah, es hat eh keinen Sinn gehabt. Der komische Typ da ist gestorben. Ah, ja. Jetzt fangen wir wieder ganz von vorne an. Ich glaube, das ist besser. Das ist es gewesen. Ich glaube, das ist besser. 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 So, ich hoffe, das sieht jetzt besser aus hier. Die andere Waffe ist scheiße, weil die braucht so lange zum Nachladen. Hier ist die Waffenkammer. Wie war nochmal der Sicherheitskurs? Ich werde wieder die Kategorie. Ich werde das noch in der Sicherheitssystem wegziehen. Keine Sorte. Wir haben immer was gereicht. Attackieren den gar nicht. Die attackieren nur mich. Ja, danke. Endlich. Boah, wie viel denn noch? Meine Güte, ey. So. Hier nochmal schnell aufladen. Das war's. Ja, das war's. Okay, und wieder raus hier. Kein Versteck. Aber das ist cool, dass der überlebt hat. Boah. Los, komm, Yank. Hallo. Lauf. Hallo. Geh. Jetzt geh, verdammt. Wieso bleibt der stehen? No. Geh da hin. Ah. Hallo. Gehst du jetzt? Also der will mich aufregen, ja. Ich wusste, diesen Leuten von der Föderation kann man nicht trauen. Welchen Sinn hat ein Selbstmordkommando? Warum? Wir haben einige hiervon bekommen. Bei meinen Nachkommen. Du lebst. Und wir haben Bogenwerfer. Die werden wir gut brauchen können. Sicher. Haben Sie andere Mitglieder der Stern und Flotte gesehen? Ja. Ja. Ein Föderationsraumschiff setzte einen Notruf ab. Vor drei Tagen. Sie transportierten ihre Besatzung während eines Angriffs zu uns. Aber ich habe sie seitdem nicht mehr gesehen. Danke. Ich muss weiter. Ehre. Ihre Nachkommen. Na super. Er hat überlebt. Das ist doch ein Fieberbericht. Ich habe eine verlassene Sicherheitsstation gefunden und lade Ihre Sicherheitscodes runter. Chang hier. Ich bin auf dem Weg zum Treffpunkt. Der Widerstand war bisher... milde. Jourod an Monroe. Ich habe medizinische Güter gefunden. Ich richte ein Notlazarett ein. Sidney erstattet Bericht. Ich halte sicheren Abstand zur Station. Okay. Wow. Ach, das sind meine. Ich wollte gerade sagen, wo kommen diese Geräusche her? Ich habe nicht mehr viel Waffenenergie. Das ist viel schlimmer. Wir haben hier nirgendwo ein Waffenterminal. Ah, okay. Oh, guckt euch das an. Sechs Schiffe und drei Verstecke. Oh. Das ist ärgerlich, Freunde. Das ist ärgerlich. Das ist die Erdbeer. 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 Na toll, wieder leer. Oh, oh. Oh, oh. Boah. Komm, lad dich auf. Lad dich auf, bitte. Danke. Ah, hätte ich auch mal vorher gewusst. So, er ist hinüber. Da kann man nichts machen. Ah, toll. Da ist nix. Oh, nee. Käse. Nee. Nee, Freunde, das ist Käse. Äh, laden. Die darf nicht sterben. Die brauchen wir. Hilfe! Okay, das ist gescriptet. Die Drecksäcke, ey. Komm, die hinterher. So, jetzt nochmal. Was soll das? Das kann doch nicht wahr sein. So, alle guten Dinge sind drei. Hilfe! Da. Das ist sowas von gescriptet. Na. Hallo. Jetzt habe ich es gesehen Es ist gescriptet Ich muss also sterben Ach ja, jetzt ist das wieder Okay, hier müssen wir den Leuten helfen Hilfe! Hilfe! Er hat gerade die innere Wand durchbrochen Was ist los? Wir haben einen der Eindringlinge gefangen Er ist in der Rettungskapsel Werfen Sie die Rettungskapsel ab Die Steuerung hier unten funktioniert nicht Es gibt einen Freigabeschalter im zweiten Stock Er befindet sich im Hauptkontrollraum über der Kapsel Können Sie nicht einfach dorthin gehen? Der Lift zum Hauptkontrollraum funktioniert nicht Ich versuche die Energie umzuleiten Aber vielleicht funktioniert er dann immer noch nicht Aktivieren Sie den Lift Ich gehe nach oben und aktiviere den Schalter So, das ist demnächst, Herr Freunde Also bis gleich, NRW über 18. Adieu Ich versuche die Rettungskapselur zu Vielen Dank.